Kann man eine Immobilie zu günstig verkaufen? Ich bin Michael Issinger und freier Immobilien-Sachverständige. Privatverkäufer laufen Gefahr, einen der fünf Fehler zu begehen. Wenn es um den Verkauf von Immobilien geht, machen viele Privatverkäufer oft den Fehler, ihre Immobilie ohne eine professionelle Bewertung anzubieten. Dies kann dazu führen, dass sie den Wert ihrer Immobilie nicht vollständig kennen und am Ende einen zu niedrigen Preis erhalten. Wir beleuchten die fünf Fehler, die Privatverkäufer vermeiden sollten, um den bestmöglichen Preis für ihre Immobilie zu erzielen. Wir werden auch darauf eingehen, wie Immobilienmakler bei der Vermeidung dieser Fehler helfen können. 1. Keine Immobilienbewertung Eine professionelle Bewertung durch einen erfahrenen Immobilienmakler oder Gutachter ist der erste Schritt, um den tatsächlichen Wert einer Immobilie zu ermitteln. Viele Privatverkäufer lassen jedoch eine Bewertung aus und setzen ihren eigenen Preis an, der oft weit von der Realität entfernt ist. Dies kann dazu führen, dass die Immobilie auf dem Markt bleibt und Interessenten abgeschreckt werden. 2. Schneller Verkauf an den Nachbar Es mag verlockend sein, die Immobilie schnell und einfach an den Nachbar oder jemanden aus dem Bekanntenkreis zu verkaufen. Das kann aber auch bedeuten, dass der Verkäufer nicht den bestmöglichen Preis erhält. Außerdem kann es zu Konflikten kommen, wenn es Probleme mit der Immobilie gibt, nachdem sie verkauft wurde. 3. Kurzer Verkaufszeitraum Manchmal möchten Verkäufer Immobilie schnell verkaufen, um zum Beispiel schnell umzuziehen. Ein kurzer Verkaufszeitraum kann jedoch dazu führen, dass die Immobilie nicht genügend Interessenten erreicht. Wenn es nicht genügend Interessenten gibt, kann der Verkäufer gezwungen sein, einen niedrigen Preis zu akzeptieren. 4. Immobilie wenigen Interessenten anbieten Es ist wichtig, dass eine Immobilie viele Interessenten angeboten wird, um den bestmöglichen Preis zu erzielen. Einige Verkäufer entscheiden sich jedoch, die Immobilie nur wenigen Interessenten anzubieten, oft aus Gründen der Privatsphäre. Dies kann jedoch dazu führen, dass die Immobilie zu einem niedrigen Preis verkauft wird. Nutzen Sie die Sichtbarkeit von zum Beispiel Internetportalen oder sozialen Medien. 5. Dem ersten Käufer die Immobilie verkaufen Manchmal möchten Verkäufer Immobilie schnell verkaufen und sind bereit, das erste Angebot anzunehmen. Das kommt. Das kann dazu führen, dass der Verkäufer nicht den bestmöglichen Preis erhält. Es ist wichtig, dass die Immobilie viele Interessenten angeboten wird, um den bestmöglichen Preis zu erzielen. Immobilienmakler, welche die weiterbilden, werden solche Fehler nicht begehen. Wenn Ihnen noch andere Gründe einfallen, schreiben Sie es bitte in die Kommentare. Über ein Abo oder einen Daumen nach oben freue ich mich auch. Ich bin Michael Issinger und freier Immobiliensachverständige. Ich bin Michael Issinger und freier Immobilie. Ich bin Michael Issinger und freier Immobilie. Ich bin Michael Issinger.